Hi, meine Schwester hat morgen Geburtstag und wir dekorieren jetzt gerade alles und bereiten halt alles vor und wir wollen euch einfach mal zeigen, wie wir das jetzt machen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Lenas Lieblingsfarbes-Grünes-Denker haben wir sehr sehr viel in Brüden gekauft und zwar auch die Tischdecker und die mache ich jetzt drauf bzw. versuche es. Kann ich hier nochmal verfehlen? Oh, da sind die Tischdecker liegen. Hier. Hier. Jetzt bin ich fertig. Hier haben wir eine Piñata für die Lena, so, so sieht die aus und jetzt fülle ich erstmal ganz viele Sachen mit denen. Oh, ich habe Angst, dass das irgendwie falsch ist. Nein, Piñata kann man nicht falsch machen. Nein. Das ist okay. 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 Jetzt aufsiehe ich mir schon. So Leute, ich glaube das reicht jetzt. So, wir haben jetzt, also wir haben gerade für Lena Kuchen gebacken, einmal so einen großen hier, da kommt nachher noch Schokolade drüber, also so eine Schokoladenblase und so kleine Küchlein haben wir auch noch gemacht. Aber wir haben, also ich habe jetzt nur einen Bein gestellt und als Gag schenken wir der Lena das hier. Also das ist so ein Toilettenpapier, wo Kackhaufen drauf sind. So, ich wollte euch mal kurz zeigen, was wir hier hingestellt haben und zwar ist hier erstmal so eine Lightbox, ja. Ja, genau da. Und dann haben wir hier noch die Geschenke, die Johanna und ich der Lena immer schenken. Also das schenke ich der Lena und das schenkt Johanna der Lena. Ich sag jetzt nicht, was da drin ist. Und wir machen das halt immer so, dass wir uns gegenseitig zum Geburtstag etwas schenken und Klamotten kriegen wir halt immer auch noch. So, meine Eltern haben jetzt schon die Geschenke eingepackt und ja, wir tun die Geschenke jetzt nochmal in diesen Kartons und diese beiden Kartons und die werden dann nachher auch nochmal eingepackt. Und was da drin ist, werdet ihr dann morgen sehen, beziehungsweise gleich den Anschluss. So. Ich möchte das jetzt machen. Ich nehme das hier. Ich nehme das hier. Ich nehme das hier. Ich nehme das hier. Das passt immer her. So, wir sind jetzt fertig. Das ist die Flamingo-Piñata. Und das ist das ganze Wohnzimmer. Hier ist erstmal der Tisch. Die ganz Lüßigkeiten. Dann ist da der Schrank und die Uhr, wie spät es ist. Und wir haben auch extra eine Lightbox gemacht. So, jetzt ist hier der Schrank mit ihren Geschenken. Keine Ahnung, ich kriege nur zwei Geschenke. Wieder eine Lightbox, zwei Geschenke. Und noch eine Lightbox und sehr, sehr viele Süßigkeiten. Das ist die Flamingo-Piñata. Das ist die Flamingo-Piñata. Und eins, zwei, fünf. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Trainer. Happy Birthday to you. Waaaaaah. Lass mich auf den Schrank, wenn du jetzt nicht fliehst. Wuh! Ako! Das ist ein Schrank! Ich habe den Binder. Warte, lass die Nase doch mal für Jana, weil die kann nichts anderes davon essen. Ja, aber nein. Das ist genau safe. Die geht nicht rein. Ich muss nicht aufnehmen. Und die Tränen. Jana zeigt jetzt noch einmal, was sie als geschenkt bekommen hat. Erstmal diesen Schlammerzug hier. Und, warte. Die hat sie jetzt einfach da drüber gezogen. Dieses Oberteil hier. Dann habe ich noch diese Kuschel, die ich herbekommen. Warte, das ist mein Schlammerzug. Dann habe ich noch diesen Einhornbeutel bekommen. Da sind ja etwas drin. So, halt so. Das hier habe ich von Chiara. Und, nein, leider kann sie noch mitbekommen. Und zwar habe ich gerade schon aufgemacht. Mauer Mix. Und dann zwei Soft. Dann sind hier noch so bunte Pappe drin einfach. Hier ist halt normale bunte Pappe. Dann sind hier noch so Kartenbastelsets. Dann sind das so leere Karten und Briefumschläge. Das kann man dann so verzieren. So, was habe ich noch hier? Mini Washi Tape. Ich brauche mich jetzt gerade zu voll professional. Das kann man hier so direkt rausziehen. Zum abkleben. Oh, scheiße, habe ich den Spiegel gesehen. Dann habe ich noch diese neue Winterjacke hier bekommen. Die ist schön kuschelig. Oh, da ist so ein Schild. Keiner gesehen. Ja, das hat so ein kleines Geld drin. Die ist blau. Dann habe ich noch so eine Kulturtasche bekommen hier. Und eine Eos Handcreme. Hier habe ich schon ein paar Sachen in die Tasche reingezogen. Und zwar habe ich diese Tasche hier auch noch bekommen. Und diese Anhänger hier. Und da drin habe ich schon mein Firofax. Meinen neuen Kalender. Und meinen Stift. Dann habe ich den Schuhkarton mitgelegt. Ja. Da haben wir diese Schuhe hier drin. Da habe ich noch diese Schuhe hier gekriegt. Da sind unsere Schleifen hinten drin. Und dann noch diese hier. Dann noch das ist mein Lieblingsgeschenk, Scherz. Dann habe ich diesen Hollister-Polor gekriegt. Da steht LL drauf. Und hier an den Armen hat er noch so ein Pink steht noch. Dann habe ich noch dieses Lila-Pink-Kürtische Hühner-Pink. Lila-Pink. Dann habe ich noch das hier. Das habe ich an Weihnachten auch so ein ähnliches bekommen. Nur da war so Eis drauf. Dann noch das hier. Da steht drauf Take a Chance. Und jetzt. Dieses hier mit den Geistern. Das habe ich von Hailey bekommen. Das ist so ein Kirschkirchenkissen, das man in die Mikrowelle tut. Dann kann man das warm machen. Der ist auch gerade warm. Ich habe den schon warm gemacht. Ja, jetzt schlägt die mal hin. Dann habe ich hier noch einen Kalender. Und zwar ist das so was ähnliches. Wie macht ihr das Buch fertig? Nur halt als Kalender. Dann Tickets für Starbucks. Steht da irgendeine Adresse drauf? Nein. Für Starlight Express. Ja. Reihe eins. Ja. Reihe eins. Reihe eins. Reihe eins. Platz eins und Platz zwei. Was sind sonst Platz Nose? Ich habe noch diese Einhornlichterkette gekriegt. Die sind ja richtig groß. Vielleicht Batterien gleich machen. Ja. Nein. Im Vergleich ein einziges und eins in der Lichterkette. Die mache ich schon. Die mache ich schon. Die mache ich schon. Die mache ich schon. So. Dann habe ich noch dieses Schokofondue gekriegt. Mit einem Teelicht. Ja. Dann Plummy Kisses. Ah Plummy Kisses. Plummy Kisses. Und dieses Fizzy Berry Body Spray. Und dann noch diese Emojis. Kennt ihr das? Duschgel und Deo davon. Deo. Und das dann nochmal in der anderen Sorte. Dann habe ich noch hier was. Und zwar habe ich halt auch ein bisschen Geld verprägt. Ein bisschen. Und einen Amazon Gutschein. Da kann ich einfach ein Bladen. Viktor. So. Dann habe ich noch Schokolade. Ja gut. Schokolade. Länger zeigen wir. Zehn dich nicht. Ein Einhornschlüssel an der Hand. So eine Maske. So für die Augen ist es glaube ich. Und eine Kerze. Eine Kerze. Eine Kerze. Eine Karte. Mach nochmal zu. Mach nochmal auf. Mach nochmal auf. Lena ist erstmal was. Lena günstig. Lena günstig. Lena günstig. Dann habe ich noch diesen weißen Pullover hier bekommen. So. Mit Lungen drauf. Mhm. Und dann noch dieses Hemd hier. Bluse. Ja gesagt. Diese Bluse hier habe ich noch gekriegt. Ich bin es nicht ich. Dann habe ich das hier noch von Hayley bekommen. Das hat sie mir gemalt. Das hier jetzt. Und zwar ist das zum Basteln so eine Lochzange hier. Und das hier weiß ich gar nicht was das ist hier. Irgendwas zum Loch. Und das ist glaube ich um diese hier wie heißt das für diese Knöpfe um die so da rein zu machen. Für uns drei. Vier. Und für meine Mama. Äh. Hier. Mumipack Jahreskarten. Dann können wir immer zusammen in den Mumipack gehen. Und falls euch fragt warum ich für unseren Vater. Unser Vater ist oft arbeiten. Deswegen würde sich das für die nicht lohnen. Und außerdem fährt auch nicht so gerne Achterbahn. Von Johanna habe ich eine Badebombe bekommen. Das ist hier unten leider schon aufgegangen. Ihr könnt ihr die Farbe sehen. Oh die Gieß. Das riecht richtig gut. Süßigkeiten. Noch mehr Süßigkeiten Hayley. Das hier habe ich von meiner Freundin Anna bekommen. Und zwar einmal diese Einhorn Post-its. Dann noch diese Sternensticker. 3D Sticker. Dann habe ich noch so ein Kerzenglas und da drin ist ein kleiner süßer Bär. Dann noch eine Bodylotion und zwar von Balea for Girls Traumtänzerin. So. Dann habe ich noch was hier bekommen. Das hier. Ein Eos. Diese Marshmallow Heaven Dream Creme. Von Shackle Room. Ein Nagellack von, wie heißt sie? Catrice? Catrice. Das brauche ich nicht die Marken sagen. Reiche nur Nagellacks aus. Und diese Radimian Wörter, das kann man nicht so gut erkennen. Ich habe das falsch rum eingetragen. Und zwar ist es für eine Tastatur. Also einmal Wake Up. Chill Out. Smile. Error. Und Panic Button. Ja, finde ich total lustig. Man hat das schon gesehen. Hast du schon die Schuhe? Ein Crepe Maker. Wir werden morgen mal Crepe machen. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, dass wir mal eine Art Challenge damit machen. Mit Crepes. So, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt auch mit einem Daumen nach oben. Dann würden wir, wir auch mal sagen, bis zum nächsten Video und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.